In der Kunst AG haben wir ein Thema gefunden, das Kinder sowieso häufig beschäftigt, nämlich das Augenmalen. Augen sind immer paarweise im Gesicht, deswegen hat sich das ganz gut angeboten als Thema, dass die Schüler miteinander gearbeitet haben. An der Decke befinden sich Augen, die noch mehr aufeinander zugearbeitet wurden. Leider wurden wir in dieser Arbeit ziemlich wüde unterbrochen durch Corona und die Kinder saßen daheim und da habe ich mir ein Thema ausgedacht, das für alle Schüler jetzt angeboten wurde. Und zwar haben die auf einem DIN-A4-Papier eine Figur erfinden können, zeichnen, kleben, malen, fotografieren, was auch immer. Und diese Figur sollte nach rechts eine Verbindung aufbauen. Das heißt also, wir haben hier ein Kind, das schreibt einen Brief und die Buchstaben fliegen nach rechts. Wir haben hier ein Mädchen, das hört Musik und die Noten fliegen nach rechts. Dieses Bild, das daneben gesetzt wurde von einem anderen Kind, das konnte dann die Verbindung aufnehmen und ergänzen. Musik Musik Musik